Hi Manni, das ist ja schön. Ja, alles Gute, wie geht's dir? Ja, super. Ja, wo willst du hin? Ich fahr jetzt erstmal einmal durch Städtchen und dann muss ich einen Hamsterkauf machen. Ja, gut, okay. Klopapier und Nudeln, weiß ich auch, was ist das Wichtigste. Alles klar. Alles klar. Mach's gut, tschau.